Oskar Michael Siemer war ein österreichischer Theater- und Filmschauspieler. Leben Oskar Michael Siemer, Sohn eines Bäckers, besuchte zunächst eine Handelsschule, bevor er sich für ein Studium am Wiener Konservatorium für Schauspielkunst einschrieb. 1910 wurde er Mitglied der Wiener Fachstudentischen Burschenschaft Marco Mania, 1957 deren Ehrenmitglied. Nach seinem Militärdienst erhielt er 1919 ein Engagement am Deutschen Theater in Prag, danach am Deutschen Volkstheater in Wien. 1921 kam er zum Film. 1927 ging er nach Berlin und wirkte unter Max Reinhardt und Erwin Piskator. 1933 trat er der NSDAP bei In mein Film in Wien, der illustrierten Film- und Kino-Rundschau vom 15. April 1938 war Oskar Siemer unter denen, die sich zum Titel Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern zur Wiedervereinigung Österreichs mit dem Reich, freudig äußerten, jener, der namentlich Adolf Hitler, von ganzem Herzen, dankte. Dieses Bekenntnis zum Untergang Österreichs dürfte es verhindert haben, dass Siemer in der Zweiten Republik eine sichtbar zu tragende Auszeichnung des Bundes erhielt. Siemer spielte zahlreiche Rollen in Filmen, die für das NS-Regime systemrelevante politische Botschaften verbreiteten. Ein Beispiel ist der vom NS-Regime als »staatspolitisch wertvoll« eingestufte Film Wetterleuchten um Barbara, in dem Siemer die Hauptrolle spielte und der die Geschichte der illegal agierenden Nationalsozialisten in Österreich vor 1938 als Opfer überhöhte. Dennoch kam Siemer ab 1944 über Paul Hörbiger auch mit einer kleinen Widerstandszelle in Kontakt, die später aufflog und zerschlagen wurde. Beim Vormarsch der Roten Armee versteckte er in seinem Haus in Hohenau an der March 2 verletzte russische Soldaten. Nach dem Zweiten Weltkrieg widmete Siemer sich vorwiegend dem Film. 1967 drehte er seinen letzten, »Susanne, die Wirtin von der Lahn«. Im selben Jahr hatte er seinen letzten TV-Auftritt. In der ORF-Fernsehproduktion der Befehl spielte der sonst auf komödiantische Rollen angelegte Darsteller einen ehemaligen NS-Oberst, der sich im Wien der 60er Jahre sein Geld als Möbelhändler verdient. Oscar Siemer wirkte in über 300 Filmen mit, wo er vorwiegend als Nebendarsteller eingesetzt wurde. Ein Kritiker nannte ihn deshalb einmal den König der Nebenrollen. Er spielte in fast allen Sparten, vorwiegend in Operettenverfilmungen und Komödien, teilweise auch in ernsten Filmen und Melodramen. Meist war er der zwielichtige Typ mit Zigarre und Doppelmoral. Ende 1967, Anfang 1968 zog er sich auf seinen Besitz nahe Wien zurück. Kurz vor seinem Tod erhielt er 1969 das Filmband in Gold für langjähriges und hervorragendes Wirken im deutschen Film. Oscar Siemer war mit der Schauspielerin Lina Wollwode verheiratet. Er verbrachte seinen Lebensabend in Langenzersdorf, wo er an der Adresse, an den Mühlen 40, wohnte und in der Kellergasse 1919 einen Weinkeller besaß. Oscar Siemer starb nach einem Herzinfarkt in seiner Heimatgemeinde. Seine Grabstelle befindet sich auf dem Friedhof Langenzersdorf bei Wien. Im Jahr 1997 wurde in Wiendonau-Stadt die Oscar-Siemer-Gasse nach ihm benannt. Zum Gedenken an Oscar Siemer wurde sein Geburtshaus in Hohenau an der March zu einem Heimatmuseum umgebaut, wo unter anderem biografisches Material und Ausschnitte seiner Filme zu sehen sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017